im namen gottes des vaters und des sohnes und des heiligen geistes armen herzlich willkommen heute abend zum gebet aus siebleben mein alltag hat sich verändert anstatt heute früh im religionsunterricht in der grundschule in siebleben zu sein lese ich was paulus an die gemeinde in corinne schreibt ihr wisst doch im stadion laufen alle läufer schnell aber nur einer gewinnt den preis lauft wie der der ihn gewinnt paulus unternimmt einen ausflug in die welt des sports er erinnert seine leserinnen und leser an die damals sehr beliebten laufwettbewerbe boxkämpfe und an die begehrten siegergrenze paulus als zuschauer von sportwettkämpfen der sich von der stimmung im voll besetzten stadion anstecken lässt und den es begeistert von den sitzen reißt ihr wisst doch im stadion laufen alle läufer schnell aber nur einer gewinnt den preis lauft wie der der ihn gewinnt das christenleben als marathon lauf und nur wer täglich hart trainiert und verzicht übt wird ans große ziel gelangen und den ersten preis gewinnen gut und schön doch bei einem wettlauf kann es doch nur einen sieger geben und was ist mit den anderen nur einer wird gewinnen das kann doch nicht dein ernst sein paulus wir sind doch hier nicht in einer fernsehshow aus längst vergangenen tagen es geht doch um unser gemeinsames leben mit gott und auch wenn ich wirklich gerne laufe und mich sehr für sport begeistern kann und es schade finde dass in diesem jahr keine fußball europameisterschaft stattfinden wird und keine olympischen spiele für einen leistungskurs frömmigkeit möchte ich mich nicht bei dir anmelden lieber paulus ihr wisst doch im stadion laufen alle läufer schnell aber nur einer gewinnt den preis lauft wie der der ihn gewinnt sieger hier verlierer dort das sind nicht die kategorien an die ich beim glauben und bei unserem zusammenleben als christinnen und christen denke aber damit kann ich etwas anfangen beim laufen brauche ich ausdauer und manchmal begegnen mir hindernisse die meinen weg erschweren bei einem anstieg werde ich langsamer bergab bin ich schneller und es ist gut wenn ich am ball bleibe und jeden tag übe laufen und glauben und manchmal kommt beides zusammen ein gebet beim rennen gesprochen damit ich im blick behalte dass gott uns menschen schon lange bevor ich überhaupt losgelaufen bin zu siegern bestimmt hat zu menschen die er liebt und niemals aus den augen verlieren wird vorgestern war sonntag hirten sonntag dazu gehört der wunderbare psalm 23 der herr ist mein hirte mir wird nichts mangeln er weidet mich auf einer grünen aue und führt mich zum frischen wasser er erquicket meine seele er führt mich auf rechter straße um seines namens willen und ob ich schon wanderte im finstern tal fürchte ich kein unglück denn du bist bei mir dein stecken und Stab trösten mich du bereitest vor mir einen tisch im angesicht meiner feinde du salbest mein haupt mit öl und für die und schenk es mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Höre Jesus' Stimme in dir, er sagt, ich bin dein guter Hirte. Ich kenne dich. Er sagt, ach du und er begleitet dich in deinem Leben. Gott voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich. Gott lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnungen erblühen, er sähe deine Früchte reifen. Gott behüte dich, er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich vor dich in deiner Not. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwindet er bei dir, was erstarrt ist. Gott sei dir gnädig. Wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Gott erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020